Wir haben die sechste Generation des Mazda 3 getestet mit Zylinderabschaltung und Mildhybrid-System. Der Wagen leistet 122 PS, dabei sieht er sehr sportlich aus, hat sehr ausgelegene Proportionen, eine sehr steil abfallende Front, schmale Leuchten und einen riesigen Kühler-Grill und dadurch wirkt das Auto sehr dynamisch. Ob sich der Wagen jetzt auch so sportlich fährt, wie er aussieht, lesen Sie in der nächsten Mittendrin-Magazinausgabe am 12. Juni. Untertitelung des ZDF, 2020